Hallo meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Scribble Notes Unlimited. Wir sind da, wir sind zurück. Es ist Mittwoch. Und Mittwoch ist, das wollte ich gerade auf dem falschen Fenster drücken. Okay, weiter. Wo sind wir stehen geblieben? In den Ruinen sind wir stehen geblieben. Genau so war's. Gut, dann werden wir hier mal das kleine, süße, die Scribble Crest statt in einer Gruppe von tapferen Abenteuern für eine legendäre Reise aus. Gut. Ich habe etwas an den Video-Einstellungen geändert, denn ich habe gerade zum ersten Mal gestreamt. Hoho. Und das war supi-dupi. Ich hoffe, das ist noch alles so gut eingestellt. Das Haut kann ja ein bisschen lauter machen, glaube ich. So. Bereite die Abenteurer auf eine epische Aufgabe vor. Rüste den Krieger mit einer Waffe aus. Eine Streit-Axt. Bitteschön. Der Gauner hält sich lieber abseits vom Gefecht auf. Gebe ihm eine Waffe, um aus der Distanz anzugreifen. Schuriken? Gibt's nicht. Die hießen doch so, ne? Ähm. Mächtige Wurfsterne. Bitteschön, mein kleiner Dieb. Der Hexenmeister ist ein Weißleiter Magie. Gib ihm eine Waffe, um seine magischen Fähigkeiten zu lenken. Du bekommst von mir eine Klobürste. Die Aufgabe der Klerikerin ist, ihr Team zu unterstützen. Gib ihm etwas, um den Mitgliedern ihrer Gruppe zu heilen. Dann bekommst du von mir zum Heilen... Eine Fliegenklatsche. Klappt das? Ne, natürlich nicht. Entfernen. Dann bekommst du von mir einen Stab... Stock. Stock. Das hat geklappt. Oh, meine lieben Freunde, was ist der Hass? Oh, nein! Oh, nein! So ist es immer, so ist es immer. Ui! Die hab ich denen aber nicht gegeben. Oh, es gibt Epic Loot. Da ist noch was für mich dabei! Aufsammeln. Oh, wir konnten den mitnehmen. Das ist immer doof. Juhu! Und weiter geht es! So, wo haben wir hier denn jetzt noch... Den hier hab ich abgelöst. Anführerin. Eine neue geeignete Anführerin. Ah, meisige... Königin. Ja, das hat geklappt. Sehr gut. Wir brauchen jetzt noch zwei. Wir können ja auch noch alle erledigen. nur weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wo sich diese beiden Dinge aufhalten sollen. Wir fliegen nochmal hier über das gesamte Bild. Aber ich finde hier... So, leider nicht. Ach, wir können hier runter. Ah, okay. Hilf mir, die Kristallknochen vom König Ellipsis zu finden. Ja. Kannst du uns das mal aufmachen? Ähm... Termiten. Hat das wohl Erfolg? Noch der Termite? Kommen wir so da ran? Wenn wir sie den Sack zerstören, sehen wir den Knochen? Ne. Ah! Und dann können wir ihr das geben. Waren das nicht die Kristallknochen, die du wolltest? Ultraschallgerät, hä? Ultraschallgerät, hä? Äh, ein Schild. Äh, ein Schild. Ein Waffenschutz. Ein Waffenschutz. Wenn wir ihr den mal geben. Dann kommen wir hier durch. So, wollen wir das nochmal zurücksetzen? Jetzt können wir hier reingehen und mal probieren, ob wir jetzt die Knochen hier reinlegen können. Die sammeln wir jetzt auf, gehen wieder rüber und tun die Knochen da rein. Ähm... Okay, was ich hier möchte, weiß ich noch nicht so genau. Wo ist wieder dein Schild? Dein Waffenschutzschild? Dein Waffenschutzschild? Was macht ihr hier jetzt? Hm... Hier passiert soweit nichts mehr. Wir können die Aufgabe hier drüben noch schaffen. Ach, da ist jetzt... die Uschi drin. Hilf mir die Kristallknochen. Haben wir zufällig Kristallknochen? Nein. Kristallzucker. Leeren. Ich werde es noch einmal zurücksetzen. Ich würde es jetzt gerne schaffen. Hilf mir die Kristallknochen, um König Ellipsis zu finden. So, das sind Kristallknochen. Kristalline riesige Gebeine. Die sammle ich jetzt auf und gehe hier rüber. Jetzt lege ich die hier hin. Jetzt gebe ich die der Uschi. Und die hat die ja auch hier reingetan. Hm, keine Ahnung. Wir schauen mal auf der Welt weiter. Und schauen hier rein. In die Anderfa-Fälle. Was waren Anderfa noch gleich? Mit der von Kind? Anderfa? Hm. Kann ich dir helfen? Ich kann die Sonne am Fluss nicht spüren. Ich erschaffe etwas, was mich braun macht. Schokolade. Das klappt natürlich nicht. Solarium. Vitamin D, bitte. Oh, ja. Moustache, Moustache. Wir lassen nur Gorillas in unsere Truppe und du bist kein Gorilla. Affe. Kostüm. Uka, 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 uka. Ich bin ein Affe. Ich bin ein Affe. Ich bin ein Affe. Oh, ja. Hilf mir malen zu üben. Dann bekommst du von mir einen, einen feinen, feiner Pinsel. Ein Malgerät. Oh, er ist ein, er ist ein guter Maler. Lifant. So, was haben wir hier? Oh, ein brennendes Schiff. Hilf mir, damit ich wieder segeln kann. Ein Feuerlöscher ist hier angebracht. Wenn ich jetzt einen Hammer nehme, mir selbst in die Hand gebe, einen Presslufthammer nehme. Wenn das jetzt funktioniert, bin ich natürlich gut. Ne, obwohl er größer ist, funktioniert es nicht gleich besser. Schade aber auch. Ah, ich glaube irgendwie, dass dein, ähm... Bitte versöhne mich wieder mit meiner Liebe. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Und hier brauchen wir einen Mechaniker. Kann das sein? Ah, jetzt bekommt er wieder das hier. Sehr schön. Das ist die eine Aufgabe. Das ist eigentlich doch gerade ein Fisch. Genau. Wir sind vegetarische Piranhas. Gib uns was zu essen. Einen Salat. Lecker, lecker. Bitte sehr. Können wir hier mal diesen... Äh? Das ist ein Komischen. Dieser Frosch. Platziere etwas zwischen diesen Holzscheiten, um mich über den Fluss zu helfen. Ähm... Eine Seerose. Dann wäre gut gemacht. Äh... Noch drei haben wir. Hier unten haben wir was. Der Schatz erscheint, wenn die angezündet sind. Mache ich ein Feuerzeug. Eine Aluminium-Fackel. Hm... Geht auch nicht. Äh... Brennende. Oh, da ist der Schatz. Leeren. Oh nein. Das ist eine Falle. Du kriegst mich nie. Ich kann fliegen und du nicht. Leder. Können wir noch alles... Ja, wir können noch alles herreißen. Äh... Oben noch was. Über dem Elefant. Hier war nichts mehr. Hier geht's zum... Äh... Ne? T-Rex-Gelände rüber. Hier machen wir auch nichts mehr. Hier machen wir jetzt noch den hier. Einen Geschäftsmann, das Angeln beibringen. Start! Blüpp. 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 Man träumt davon, Angler zu sein. Kleide ihn entsprechend ein. Eine... Anglerhose? Eine Angelhose. Hat funktioniert. Als nächstes muss er Fische fangen. Gib ihm etwas, um sie an Land zu ziehen. Eine... Profi... Angel? Nur eine Angel. Okay. Fischen! Aha. 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 Das war wahrscheinlich ein Köder, oder? Die sehr viel schweißt nicht an, platziere etwas im Wasser, das sie wollen. Ähm... Ein Köder natürlich. Ah. Super, super, super. Zeit, den Regenbogenfisch zu fangen. Er hat einen bunten Geschmack. Einen bunteren Geschmack. Dann bekommt er Zuckerwatte. Zuckerwatte ist sehr bunt. Hat auch funktioniert. Ich will gut. Und nun... Ein Hai. Ein Hai. Ein Schokoladenhaifang. Gib mir was zum Abendessen. Eine Schokoladentorte. Oh Gott. Ja, Haie fängt man natürlich immer so an. Wir haben den Geschäftsmann Angel beigebracht. Wir sind ein guter Angelmann. Oh, ja. Wusa, 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 wusa. Wir haben es geschafft. Damit beende ich diesen Part jetzt auch, denke ich. Denn ich muss noch diesen Part jetzt auch hochladen. Für morgen. Reinkam ich hier nicht, ne? Ne, leider nicht. Schade aber auch. Ein Elefant. Oder hat der Affe hier jetzt noch was? Noch nix mehr. Ja, machen wir nächstes Mal. Werden wir den kleinen Affen hier mal etwas bearbeiten. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin alles gut, meine Freunde, und tülüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü